hallo schon freude willkommen zu einer brandneuen folge von der schloss der link between worlds eine neue aufnahme session das heißt die ersten zwei minuten wäre es wahrscheinlich wieder ein bisschen legen das ist aber normal bei dem emulator hier ja wir streben als nächstes den palast der dunkelheit an ja guten tag das ist immer noch mein haus nicht einladen ich kaufe mir mal wieder was und zwar ich würde sagen den tornado stopp oder den probleme nämlich nicht doch klar ich brauche schon irgendwann aber für den nächsten dann brauche ich den nicht 800 ruby den kauf ich mir ja ich bin mir sicher dankeschön so vier tempel fehlen uns noch vor allem soll geht das mal wieder ein bisschen auf meinem ersuche und wir decken den weg auf zum nächsten das mal was machst du ja den weg zum nächsten dann stecken wir auf und das mache ich auch mal direkt ich muss aber irgendwie dafür hier hinten irgendwann finden und moment wie viel mein weiß habe ich ich glaube ich habe den letzten schon abgegeben ich glaube die 50 oder und da habe ich noch nichts wir haben müssen die 50 sein ja sogar noch viel mehr warm warm ja ich habe ja ich sitze jetzt hier tatsächlich am freitag ich wollte schon sagen samstag am freitag ja um 10 uhr 50 so früh haben schon lange nicht mehr aufgenommen das problem ist ich habe nämlich heute kaum zeit und ich muss das hier noch aufnehmen ja ich weiß ja ja was soll ich habe auch übrigens mal mein inventar angepasst sieht man hier irgendwie fehlt mir noch eine flasche ich weiß ganz gut hier kriegt doch ich krieg die noch irgendwo wenn ich dann muss ich die jetzt schon suchen gehen was ist denn das gibt es doch nicht gab da darauf doch hier muss noch ein portal sehr ah gerade das gibt stünde vorbeigelaufen da oben oben anfang das oder letzten 1 und zwar irgendwo hier ja hier muss der geld seien na so hier gehen wir wo sind wir denn jetzt schweine da ist ein ort betreten an dem das böse stark ist das labyrinth dass man den palast der dunkelheit nennt hier befindet sich der weise der deine hilfe am meisten bedarf er ist ganz sicher aus als ich war es weil ich hilf ihn sind die worte von hilder von laurel und schön und was denn das empfiehlt was ist das ich weiß es nicht so dann mal mein und ich ja da ist klar ich war erst mal vorbei genau ich habe vorbei mit meinen autobolung so ist mein neues glück hier oben geht es auch irgendwo lang und ich sehe das ganz richtig da geht es um schnee da ist abgrund okay gehen wir erst mal hier oben lang und ein schwein schon wieder ein schwein auf zwei beinen das gibt es nicht moment wo ist mein sandstab da der sandstab ist tatsächlich mein liebiges item wenn man damit einfach betäuben kann okay kann man mit allem aber ich weiß es nicht der sandstab nochmal besonders da war da war da war da mein freund kämpft so und ich nehme ich wieder wunderbar was ist das erwarten mal wann man muss mein cash hier eine biene die möchte ich doch gerne mit warte ich habe eine biene so schwer und mein mal jetzt muss ja irgendwann wasser sein oder da das nehme ich mir und das auch noch mal ich muss hier wer weiß was gehe ich doch gerade mal rein damit das auf der karte markiert wird fragt mich was er bringt aber na toll er hat mich auch letztes mal gefragt ob ich linkedin passt auch spiele ja natürlich werde ich das spiel steht ja auch in der projekte projektliste da kommt ja niemand rein da kommt wieder der ursaurier der ursaurier so gucken wir mal hier ich habe ja auch noch nicht erlebt ja noch du kommst her ist sie kann oder sowas oder irgendwas hier ist ja gar nichts da kann nur sein wenigstens ein bisschen geld aha sogar eine bombe aber sonst ist hier tatsächlich nichts jetzt sind die fücher wieder da oder natürlich hallo warum geht das denn nicht hallo ey was ist denn da los es geht nicht jetzt kommt ja auch noch es geht nicht nach unten nur noch oben ich fasse es nicht okay das nehmen wir doch nicht den fall lieber den tonadestab den verbesserten tonadestab so ich brauche ein bisschen herzen wieder moment mal ich muss mal ganz kurz was entsorgen hier schon wieder eine biene gleich zwei stück oder was ist denn los anfangs gar keine bienen und jetzt einfach zwei auf einmal sind noch zwei ja aber hier leckt einfach alles rum so hier unten haben wir auch irgendwas und ich höre und es ist da unten oder ist es da unten sehe ich schon mal nicht da ist noch eine ich fasse es nicht der tod nein ist er nicht der liegt ja immer noch jetzt würde ich auch mal mensch was ist das für eine biene ich höre doch hier mein vorsicht ich habe wieder nicht auf die uhr geguckt weil der wasser gesagt 50 habe ich gesagt was haben wir hier mal guckt denn was ist denn da so wunderbares für okay aber das hier geht doch runter und tatsächlich wir aber nur zum zum märker münchen so gehen wir noch mal rein der palast der dunkelheit ist nah ich dachte das kommt dann wir werden wir der palast der dunkelheit hier fanden sich menschen zusammen welche monster fähren schon wieder eins waren sie gute menschen rechtschaffende soldaten von schloss heim und sie gaben sich der einer bösen macht die garten moment sie gaben sich einer bösen machte nach welcher stark genug gewesen sie aufzuhalten strolli hält von heimel entdecken sie dich werden sie nicht gefangen nehmen hier sind vorsicht und klugheit vernöten gibt auf dich acht die sind die worte nicht alles klar alles klo der super musik die wir zuerst mal hören wir müssen ein verrächtigen vorgehen nachgehen der vorgehen nachgehen und der aufpassen das vögel nehmen Okay, guck mal erstmal hier unten. Oh, fliegender Pilz. Okay, was machen wir einfach in die Wand? Dann sehen die uns nicht. Und ein bisschen Geld. La, 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 la. Schön, dass die Hälfte da oben landet. Guck mal weg, mein Freund. Oh, oh, Gott. Tschüssi, meine Freunde. Ey, was ist denn jetzt los? So, und was, ja, was haben wir denn da? Seid ihr bescheuert, das nehm ich doch nicht. In die Wand. Oh. Da haben wir auch schon das Manila. Oh, oh. La, 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 la. Oh, oh. Das ist der nächste. Schön, dass man immer sieht, wo der hinguckt. Ah, der dreht sich herum. So, es geht schön im Takt. Tschüss. Aha, da muss ich hin, okay. Ich zeig mal, was passiert, wenn die einen schnappen. Die sperren einen einfach in den Käfig. Aber ich wohne ja ganz einfach hier raus. Ich, ich, eh. Du siehst mich nicht. Badadadam, bam, badadam. Nee, da geht ich nicht lang. Ich bin noch nicht wahnsinnig. Ah! Ach so. Hier sind wir noch irgendwo ein Mai-Mai, oder? Ah, da unten. Da unten ist es. Oh mein Gott, grünes Feuer. Wo sind wir denn hier? Hallo. Oh! Wie hat er mich nicht gesehen? Sein Strahl, da war er genau in mir drin. Das ist noch einer. Ach Gott, da geht ja noch weiter. Tschüss. War's das? Nee. Ich bin ja nicht das Geld. Ich bin ja nicht bescheuert. Und da sind wir. Da haben wir den Klaus-Puppermann, den Bitterhahn. Verlass der Dunkelheit. Möchte speichern. Nein, 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 nein. Aber warte mal, gehört das da unten? Das ist doch da unten. Das gehört auch dazu, oder? Nee. Okay, also hier fehlen noch vier. Die müssen ja alle da unten sein. Dann machen wir den Dungeon auf. Aber da gehen wir erst in der nächsten Folge rein. Badadam, bam, bam. Gut, ich muss hier irgendwie... Warte mal, wie ist das? Sind sie nicht weg, wenn ich hier reingehe? Irgendwann wieder rausgehe? Gucken wir mal ganz kurz. Und man, auch gar nichts hier drin. Palast der Dunkelheit. Jetzt müssen sie direkt sein, oder? Nee. Irgendwann sind die da weg, oder nicht? Na toll. Ich wollte das Geld nehmen, aber okay. So, jetzt bin ich wieder hier. Komme ich schnell raus. Und zwar da unten... Da, 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 da. Hä? Da geht gar nicht lang. Muss ich extra denn hier oben lang gehen? Oh, la, 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 la. Ja, du siehst mich nicht. Ein Herzteil! Das habe ich ja komplett übersehen. Gott sei Dank bin ich jetzt hier oben nochmal lang. Sieht ihr mich nicht? Oh, das hätte ich beinahe vergessen jetzt. Oh! Der hätte mich schon wieder gesehen. Hier ging es doch irgendwo raus, oder nicht? Irgendwo hier unten. Der blockiert den Ausgang. Ich fasse es nicht. Wie komme ich denn da raus? Ich muss von da kommen, oder? Lass mich mal irgendwo anders hin. Ja, ich weiß, jetzt redet die wieder mit uns. Der meier in der letzten Folge befreit. So. Also, ich muss erst mal wieder nach Hyrule. Und da muss ich von Hyrule aus, muss ich irgendwie da unten so ein Portal finden. Man fragt mich nicht, warum der plötzlich jetzt da ist. Warte, wie kommt nochmal da hin? Unsere kurze Karte vergrößern, muss man ein bisschen gucken. Und da, nee, da war ich gar nicht. Und hier, okay. Der weiß aber dann, dann wollte ich mich da dahin. Aber ich war auch noch nicht ganz unten da, bei dem... äh, Haus des Windes nur so ein bisschen höher da, dieses... eine... Grasland, was wir da gesehen haben. Ich dachte, eigentlich, das wäre schon gewesen, aber da war noch so eine Aufgabe. Und die bringt einem, glaube ich, auch ein Herzteil. Und viel Geld. Moment mal. Hier fehlt mir doch noch das eine... Mai Mai. Dann muss ich doch hier hoch, oder? Und dann hätten wir das... Au! Und das hier komplett... Nee, Moment. Äh, war das nicht hier irgendwo? Was bringt einem denn dieser Weg? Na, dann komm ich da hin. War ich hier schon drin? Ja, ja, hier war ich schon. Wo war denn... Das war doch hier, oder nicht? Na, ich weiß nicht. So, hier, okay. Oh, hier war ich ja auch noch nicht. Moment mal, gehört das hier dazu? Das gehört dazu? Okay, dann befinden sich da oben. Sehr gut. Und hier war ich einfach noch nicht. Es gibt so viele Orte, wo ich einfach ganz war. Na, gib mal schön das Herz her. Und hier machst du auch mal gerade auf. Weil ich glaube, da ist eine Fädenquelle drin. Und ich glaube, das ist die Fädenquelle, wo man Geld einwerfen muss, oder? Guck mal gucken. Nee, ganz normale Fädenquelle. Muss auch die eine Biene noch abgeben. So, also da oben, ne? Wie komm ich denn da hin? Von da? Nee, doch. Nee. Okay, dann von da. Oh, schaffe ich das überhaupt? Gucken, ob das denn passt. Ich hoffe, dass... Ja, guck mal hier. So, hier wird das wohl nicht sein, sondern eher hier. Aha, so, letztes Mai Mai. In diesem Gebiet. Gut, dann gehen wir jetzt hier rein, machen wir erstmal auf. Du stirbst, du auch. Und da haben wir die nächste Verbindung. Und dann kommt jetzt da unten. Und hier müssen jetzt vier Meistern sein. Vier Stück. Ich habe wieder so ein Schwein. Ein Farb-Igel, aber ich weiß es nicht. Ah, der krankt ja mich noch an. Da oben haben wir auch wieder was. Ach, das ist mein, mein. Das gibt es doch nicht schon wieder. Ach, was? Pilze. 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 Die schöne Pilzeram-Soße. Mit Kartüffelchen und Söhlchen im Öfchen. Und gekochten Spargelchen. Okay. Oh, guck mal hier. Ich hätte jetzt gelacht, wenn da noch eine Bienen drin wäre. Oh, ist sie hier? Nee. Oder ist sie nicht? Nee. Da war irgendwie so ein Podest davor. Oder war das überhaupt hier? Ja, natürlich war das Ziel. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Wenn jetzt noch eine Bienen kommt, ne? Ja, okay. In Low-Rail gibt es keine Bienen. Nee, doch. Moment. Ich habe noch irgendwer. Oder habe ich die mitgenommen? Surs? Okay. Das war es hier. Tatsächlich nicht. Jetzt bin ich hier unten. Nein. Nicht ernsthaft. Ach so, nee. Das war der. Das war der allererste. Das war der allererste. Ich hätte einfach... Okay. So. Mai-Mai-Mission. Uns fehlen noch ein paar Mai-Mais. Hier unten geht es nicht lang, ne? Nee. War nicht hier noch irgendwo einer? Nee. Wo sind die Mai-Mais? Es fehlen noch drei, oder? Genau. Noch drei, Mai-Mais. Aber wo sind die denn? Bam, 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 bam. Also hier nicht. Ja. Nee. Ging es ja noch irgendwo lang? Schon wieder? Das gibt's. Steff, steff, steff. Ich gucke mal wieder am Wasser. Hier unten ging es ja nicht lang, ne? Hier war ja Ende. Warte, zählt das da auch dazu? Nee. Warte, aber da ist. Ich hätte auch mal jetzt. Da oben sehr wahrscheinlich, aber. Das gehört... Nee, das gehört nicht mehr dazu. Ja, das ist wahrscheinlich ein Baum da drin, ne? Ich schwimme jetzt mal hier lang. Und guck mal, wo das mich hier hinführt. Ich kann halt da rein, aber das bringt mir nix. Ich bin schon weiter gegangen. Ja. Also hier haben wir auf jeden Fall schon kein Mai-Mai mehr. Das da oben zählt auch nicht mehr dazu. Das hier zählt schon gar nicht mehr dazu. Das heißt, das muss irgendwo hier oben sein. Nein! Und hier ist da halt auch Ende. Ne, halt, das ist nicht Ende. Da oben geht's noch weiter. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Lass mich mal irgendwo hin. Hier. Okay, ich muss da oben bei der Hexe, muss ich noch irgendwie so ein Portal finden. Hier wollte ich doch ganz hin. Oh Gott. Das ist ja irgendwo ein Portal. Oder vielleicht auch ein Mai-Mai. Ich muss mal gucken. Hier? Ah, hier. Ach, ich bin schon bei meinem Haus. Ich dachte gerade, ich bin beim Schmied. So, zur Hexe bitte. Zum Wagi laden, da will ich hin. Und das auch nicht ein Loch. Ein kleines Loch. Nein. Ne, aber nicht das so. So, das muss hier irgendwo sein. Was ist denn da los? Ach, stein der Höhle eigentlich schon drin? Ich hoffe mal. Aha. Okay. Ich hab was gefunden. Das müsste auch da sein. Genau. Und ich höre schon direkt ein. Ich glaube da oben. atern. Van, 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 van. Van, van, van. Ah. Aha. Guten Tag. So, da waren es nur noch zwei. Wunderbar. Was wollt ihr denn alle? ich muss dann wieder oben hinkommen wie komme ich dahin ganz oben oder hier das ist ein solcher sind aber zwei unterkommen hier kann auch nicht sein wie komme ich dahin da muss ich auch noch hin er ist klar jetzt wieder endet so ein verletzt ist ja 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 ich will noch mehr dankeschön nein jetzt ist gut oder nein was denn los tschüss was ist denn da los ganz ruhig mensch hast du dich jetzt wieder beruhigt ich glaube ich glaube ich habe jetzt abgezogen egal so aber eine frage wie komme ich jetzt wieder zurück ach ich kann hier rüber ich wollte schon sagen wenn wir jetzt kein einziges portal kein einziges klaus bockmann aktiviert hat dann kommt man ja gar nicht mehr zurück das wäre jetzt schon wieder falsch so arbeit ich bin ja wieder hier ich muss jetzt irgendwie von nach oben wo sind portal finden ich will mir einfach mal lange da waren ja ein paar portale und ich auch im b ach ich habe doch die eine flasche mit der flaschenpost annehmen kann denn nicht wenn man sich kommt natürlich nicht lang kommen jetzt wieder hoch vielleicht einfach transportieren geht schneller als werde ich jetzt den weg suche und ich schaffe leider in dieser folge nicht ganz so viel wie ich eigentlich wollte ich wollte nämlich eigentlich noch zur kathedrale in lowe das ist doch nicht wahr so also ich muss jetzt da oben hin also sprich hier ja da hoch das nehmen wir mit ich muss immer noch dieses hühnerspiel machen ich sehe nicht schon ende ja jetzt schon ende hier muss irgendwann portal sein ist da drin eins direkt ne da hinten sind wir herzen aber hier ist kein portal aber wie komme ich dann hier hin ich kann nicht vom todes aus vom todesberg aus runter springen oder moment hier irgendwas nicht bin ich wieder unten hä aber ich komme doch ganz schön oben hin oder wäre man da doch von lowe hingekommen kann doch nicht sein dass da nur das eine portal da ist also hier noch mal lang und hier war das portal ich gucke ich gucke noch mal hier oben warte was ist das überhaupt hier ist noch irgend so ein weg ne 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 das ist Ende das muss ja hier irgendwo sein hier ist nix das auch nix und noch nicht da muss ich irgendwie anders hin kommen moment was haben wir hier ich glaube nichts ne kämpfe 3 geh mal wieder rein da muss doch irgendeinen weg von lowe ausgeben aber von da oben kann man nicht sein oder mann ne das ist genauso hoch das ist jetzt nicht wahr das ist nicht wahr das sah viel höher aus was ist denn hier los da kommt jemand aus dem Wasser raus was ist denn hier ficou tot. Oh, danke schön. Mensch, verziehe ich euch alle ab. Aber das ist immer noch nicht mein letztes Mimei jetzt hier. Und langsam mache ich mir da ein bisschen Sorgen. So, warte, hier fehlen jetzt noch. Ah, nee, ich bin fertig. Okay. Dann hätten wir es. Hier geht's doch doch auch nirgendwo mehr lang. Nee. Sehr gut, dann werden wir für heute dann eigentlich fertig, oder? Ja, denke ich schon, ne? Ich gehe noch mal ganz kurz in den Splettwald. Noch mal ganz kurz. Und hol mir dann noch mein Mimei. Ich kann die, die 1 kann ich da nicht so stehen lassen, wenn ich noch weiß, wo es mein Mimei ist. Nee, ich weiß nicht, wo ist das? Wo ist das? Irgendwann im Wald. Ach so, nee, ja, 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 ist klar. Ich weiß es. Es ist unterm Stein. Ganz allein. Und zwar da hinten. Im Moment. Ich muss hier runter. So, und zwar. Okay, das Tod. Hier müsste es sein. Ah, was soll das? Was ist denn das? Ein E-Bahn, eine Kuh? Ich weiß es nicht. Also du gibst mir noch, du gibst mir, ihr gibst mir noch. Hier geben wir natürlich nur Geld. Und natürlich noch eine Biene. So, jetzt bin ich voll. Und jetzt bin ich bereit für den Dungeon. Und ich hoffe, ihr seid auch bereit für den nächsten Dungeon. Und seid gespannt. Auf die nächste Folge. Flash of Zelda. Link between worlds. Das war's für heute. Wir sind's beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.